Guten Tag und willkommen in Baku. Es ist Stefan Römer. Okay, wir sind im kritischen Bereich bei den Werten des MGUH. Du darfst den Motor nicht überhitzen. Erhalte die Temperatur im Auge. Wir haben möglicherweise bald ein paar Probleme mit dem Getriebe. Rechne mit blockierenden und verfehlten Gängen. Du machst zu viel Druck. Das erhöht dein Getriebeverschleiß. Das ist Stefan Römer. 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 Du bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran. Das ist Stefan Römer. Denk an die Überholtaste. Wir haben Energie und sollten sie nutzen. Das ist Stefan Römer. Das ist Stefan Römer. Untertitelung. BR 2018 Gut gemacht, du bist die bislang schnellste Runde des Renns gefahren. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 29,9 Sekunden. Der Turbolader pfeift aus dem letzten Loch. Wir sollten versuchen, ihn nur minimal einzusetzen. Der Turbolader pfeift aus dem letzten Loch. Der Turbolader pfeift aus dem letzten Loch. Ausgezeichnet, das ist die neue schnellste Rundenzeit in diesem Rennen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Werfen wir einen Blick auf die Fahrerrangliste. Wieder ein solides Ergebnis für die Führende der Meisterschaft heute. Dadurch wird der Abstand zum Rest der Konkurrenz weiter ausgebaut. Kommen wir zum Fahrer des Tages. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Aber einige davon haben es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Wir müssen dem Team über den F&E-Bildschirm sagen, was neu entwickelt werden soll. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.